Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12379 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin bereit für einen Tag, der mir neue Herausforderungen bringt. Ich bin bereit für einen Tag, der mir neue Herausforderungen bringt. Die Kinder lernen spielerisch neue Vokabeln. Spielst du mit? Die Kinder lernen spielerisch neue Vokabeln. Spielst du mit? Die Kinder lernen spielerisch neue Vokabeln. Spielst du mit? Wenn du bei mir arbeiten willst, muss ich dir zeigen, welche innovative Technik wir hier einsetzen. Wenn du bei mir arbeiten willst, muss ich dir zeigen, welche innovative Technik wir hier einsetzen. Wenn du bei mir arbeiten willst, muss ich dir zeigen, welche innovative Technik wir hier einsetzen. Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Willst du es mir erzählen? Warum bist du so traurig? Was ist passiert? Willst du es mir erzählen? Mit einem zuversichtlichen Lächeln nimmt er die Herausforderung an. Mit einem zuversichtlichen Lächeln nimmt er die Herausforderung an. Ich habe etwas gehört. Gibt es Geräusche an der Haustür? Was ist da los? Gibt es Geräusche an der Haustür? Was ist da los? Im Mittelalter wurden die ersten Volksbücher geschrieben. Im Mittelalter wurden die ersten Volksbücher geschrieben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gibt es Geräusche an der Haustür? 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 Untertitelung des ZDF, 2020